This is how I show my love I've made it in my mind because I'm framing up my ADD delay Oh, nach unten, von der Bissi und jetzt stehen hier oben auf der Reparaturgranate Was freundlich Oh, shit, ey Mensch, Unmengen unserer Leute stehen auf dem Haufen, aber kriegen diesen einen kleinen Terraner einfach nicht down Kann doch wohl nicht wahr sein Eines fieses Terraner, die Ja, die haben da... Ach, ihr Trommel, geht doch mal da weg, ey Ja, wir müssen trotzdem vom Boden aus den Allertumfüllungen eingehen Ey, sogar was getroffen Können wir nicht, indem wir hier die Landeplatte verteidigen Ich bräuchte den gerne für meinen McRider Und den Allertum, meinem Fahrzeug, ey Ja, ich komm Okay Wehe, du stehst auf, Tarara Wehe, du stehst auf Wenn der McRider fahre... Ja, sag ich wollte, ziehe ich auch einen Predator Delta 1 Ich steh unten jetzt Wer kommt? Tyrann Tyrann, okay Äh, wenn ich die richtigen... Will ich irgendwo inschieß? Teleporter genommen Ja, sehr gut Danke Kumpel Killercryls Danke der Killercryls Das Schöne ist, was hier... Ne, oder? Nein Nein, 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 nein Gut, haben sie nüch Oh, ist plötzlich schon mal recht gechillt Ne, mein Problem ist Ich kann nicht mehr schießen Weil mir andauernd die eigenen Max-Units vor die Fresse gelaufen sind Und ich einmal hier aufgehört habe zu schießen Jetzt bräuchte ja Waffen-Sperre, denn Ach das... Ja... Ja... Ja, das ist... Geil, Max kriegen das Gute kein Fallschaden Weil... Ohohohoho Die Tarana, die brechen ja hier zusammen Flüchter Das Interessante ist, gleich kommt hier ein C dazu Wir holen nämlich eine Secure-Data Dann geht der Spaß richtig los 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 Ach, nein... Stimmen würde ich nehmen Nein Oh, C4, nein Können wir nicht kommen sehen Gut, hinter uns helfen Eine Million war nur Aber keiner killt den C4 Och, nein Ist doch immer so, oder? Wenigstens botten Jetzt habe ich wieder eine Waffen-Sperre Weil mir wieder einer ins Feuer gelaufen ist Hast du auch einen MacRider-Tyran? Ich hol' einen MacRider Ich hol' einen MacRider Ja, tausch doch mal dich Muss losziehen Was kann ich bei uns ein T-Rider hier pushen? Ich könnte normalerweise irgendeine Sauber pushen Ein Flasch ist da dann, der vorbeifahren Tierann ist Dann steht dieser Kau Ich habe ausgeschlagen, Tierann Was ist das denn? WTF? Panzerhochegang Guys, if we all go I reckon we could push him back No, wir sagen einfach mal Wir haben hier hinten ein paar Inchs Ja, ich bin schon im Visier hier Sonst endet die Sache für mich nicht so rosig Ich würde sagen, wir greifen jetzt gegen... Drüben mal an Also, wir haben ja schon einen ersten Ausfall... Ausfallversuch gestartet Okay, das war dieser jetzt Oh mein Gott Fuck, 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 fuck Danke Lightning für den Feuerschutz Ja Und der Kerl hat einen Scheiß-Tag Okay, ich versuchte an der Seite grad C4 Und demnächst läuft auch noch weg, ey Oh, ho, ho, ho Wird jemand unten mit dem Echweiler fahren? Ich fahre mit Tierann Ich brauche einen Ganner Sonst ja Ähm, haben wir hier unten irgendwo Inchis stehen? Ja, bleib stehen! Deine Mechs willst, bleib stehen Jo Danke sehr Tierann, was tust du da? Oh, fuck, 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 fuck Hinter uns sind ein C4-Tribler Ja Er ist tot Leute Habe ein bisschen zu spät geschossen, aber egal Kannst du mich nochmal reparieren? Beziehungsweise lebst du noch? Da ist ein Prowler, Prowler retz die Straße Rätst von uns Tierern Sie ringen von links Entweder hau ich hier ganz schnell ab Ja, geh Über Deckung Ja, das hätte ich jetzt auch als nächstes gemacht Weil es ist mir hier eindeutig zu enge Ich bin alles gelöst hier jetzt Ach, da hinten Noch bin ich Max Noch gib ich Komm auf die Schlucht dazu Das wird auch noch lang Es soll bleiben Falls mich jetzt kein Terraner wegkommt Ah, ich sehe schon Wie die Seite soll's machen Die Springen Und auf halber Strecke bleiben wir stehen in der Luft Komm mal unter den Unter die Treppe Was unter die Treppe? Wer nicht beschossen ist hier? Boah, wo ste... Wir können gar nicht beschossen werden Wir müssen weg hier Wir müssen ja auch nicht über oben Wir müssen ja auch nicht über oben Das verstehe ich nicht Wie können wir hier von allen Seiten über beschossen werden? Einfach da kommt doch nicht Das ist doch nicht normal Wir sind schon wieder misiert Na schau, wir haben ein paar Ingees oben auf der Plattform Boah, die begreifen uns schon wieder von der zweiten Seite einen Wollt ich nämlich weiter dringeln? Uff Aber ich kann nur, wenn mich nicht beklagen Ich krieg hier so viele Kills Boah, du du Also die NT ist wieder Terranerly 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 Ist ja wie vom Regen in die Trauerfliege Ich hab den Klüge gekriegt Um so ein Biolab da von links und rechts beschossen zu werden Dann macht ja überhaupt keinen Spaß Boah, man kann ja kurz Geschütz ab Hütte sich ja wie ein Paderkästler an Von dem Pad absteuern Ich hab's heute gut hier 170 zu 27 Ich bin zufrieden Who cares? Bromios kann das hier noch genau so eine Stunde weiter gehen Eine Stunde 20 Bromios... Kommt nicht Na, ich frag nur Sachen Mensch... Schön Sagriffix, es ist meine Freude Dumm da dumm Und wieder runter Und was ist denn das jetzt? Ich habe die Frackteile von einem feindlichen Liberator erschlagen Da kannst du auch kotzen, ne? Was hat der hier erschlagen? Die Frackteile von einem feindlichen Liberator haben mich gekriegt Von einem feindlichen auch noch Das ist natürlich richtig fies Er ist tot auf mich runtergefallen und daran bin ich gestorben Nichts wie weg hier Nichts wie weg hier Vielleicht darf ich davon ausgehen, dass mir hier Oh, hier ist ein Sky zerschellt Beim geradeaus fliegen mit dem Baum gekrabt Hm Ich wünschte gerade echt, dass eine Max-Einheit zu gut ist Oh, kleiner scheiß Terraner Ach gut, Glück reinschießen Kann schon passieren Kann schon passieren Kann schon passieren Oh ja Ich meine schon, was die NCs hier für eine Frechheit haben So tief, um zu umgehen So Leute, ich frag mal wieder einen Inch Hm Ja, was können sie... Mal gucken, was sind sie echt... Okay, die NC lassen jetzt auch... Ich bin die ganze Zeit da Aber guck mal auf die Karten, die das gemacht haben Und von dort... Das ist gut Aua, aua, aua Da oben schießt einer Ja, das ist dann jetzt der Kloch Ich hab nur einen Augenblick hier ein bisschen... Ich brauche wieder rein zu fliegen Ich brauche mal wieder einen Inch Hm Hm Die Leute kommen jetzt von der anderen Seite, ja Mal hinterher Aua, aua, aua Aua, aua Ich brauche dringend... Mal reichen, komm zurück, dann kann ich die heilen... Oder reparieren Jaa, ich geh zurück Na ich mein, halt... Hande dir nicht das Ach, das ist ein bisschen zu blöd 180 Grad Ja Danke, Platin Ja War das Munition auch? Ist hier oben, du fliegst gerade, ne? Ich gleich nicht mehr Okay Ne Ne Weil, ich bin Light Und ich kann mein Firesuppression nicht einsetzen Und mein Skype brennen Vielleicht 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 mal Delta 5 kicken Und vielleicht auch alle anderen, die nicht bei uns im Biolabs sind Auf jeden Fall mal Delta 5 Betracht sich auch ein bisschen Auf Apparatoren, ich hab den Feindlichen Max beschossen Jaa, unterwegs Ich bin überhitzt Das ist ja nur Zeit Das ist ja nur Zeit Hab sie gerade mal deftisch getroffen Äh, in meinen Karten-Minuten bin ich wieder So, ich würde Un'Protanier Wing angreifen, wird jetzt sicherlich nicht mehr funktionieren, ne? Wahrscheinlich Autrin, mal einen, der mich repariert ja dauerhaft weil ich gerade ganz schön heftig am austeilen bin aber dementsprechend noch einiges einstecken kann mich hier irgendjemand platin ich halte doch schon die ganze zeit also natürlich auf mich zu beschweren okay hatte ich das gar nicht so mitgekriegt so max max hin oder her ist mir völlig egal das war der falsche wir sollten gucken dass wir den schildgeneratorraum wieder freikriegen doch nicht genau vor die kanone du der waschendor ich habe eine rakete gefressen glaube ich die handel die handel aufgestellt deswegen kam ich nicht mehr ran der sani belebt mich glaube ich gleich wieder wenn ich glück habe kannst du mir sagen ob mich der sani und wieder auf kratzt doch weiterhin hinter der steht einer und dann bist die max bestens versorgt auch nicht schon warum müssen wir die leute auch immer ins feuer laufen ist so übel ja da war zweimal waffen sperren das hat mich so angekötzt aber dann wenn ich sehe kann ich auch nicht schießen auch auch das war frei als ich erwartet hatte bleibt du in deckung wenn ich werde importen dass du auch nennt schon wieder habe ich wieder eine waffensperre weil mir wieder so ein drecksidiot vor die fresse gelaufen ist ich stehe an vorderster freund und schieße eh nur auf ich habe hier nichts anderes als gegner vor der nase ja teilweise ein bisschen übel darin ein spion lang da fisch aber nicht mehr oh scheiße max einheiten max einheiten vielen dank vielen dauer du da sind die kann gottverdammt supporter und ich bin schon wieder da und gerade mehr aber krachten hintereinander in die gusche bekommen habe naja gut ist da irgendwo ein sanitäter in der nähe ja ist einer in der nähe aber ich glaube nicht dass er mich heilkommt das wäre selbstbewusst für ihn könnt ihr euch nochmal ne max ziehen was machen sani kannst du mir durchgehen jo ich seh es omegaliski ok ok komet sind wieder voll abgeladen weiter geht der spaß du liegst bei mir jetzt am boden ich wollte ja eigentlich ein geschütz aufbauen aber das hat nicht hingehauen granate ich fange die mal ganz gekonnt ab ich hasse es wenn davon so viele rauchwolken sind dann sehe ich nämlich nichts aua 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 das war eine rakete du musst doch mal dieses blöde geschütz aufbauen das kann ja nicht anliegen ja ich bleib in der gongkisch so als kannst du wieder raus gut weiter geht's ne ich kann nie raus ich seh dort ich seh gar nicht so viel qualm wie dort ist da brauche ich auch nicht nichts angreifen wenn ich nicht sehe der sinn ne das ein größtes problem wie gesagt sind die leute die mir vor's feuer laufen das schadenkriegen ist mein schadenkriegen ist mein schadenkriegen ich habe mich wieder beleben mein gott was hier alles an explosion runter kommt das will man gar nicht alles wissen ja endlich mal wieder einer legt der schadenkriegen ist sehr schön ruhig munter wieder auf ins gefecht ich werde noch entsprechen was ich treffen würde wäre es auch noch geil die 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 überhaupt was in den chaos sehen night nacht sich gerät mein gott das macht ein gaudi hier gaudi ne wow wow hab ich gerade was auf den decke gekriegt ein geschütz schon zerlegt so ich geh jetzt offensiv kommst ne ich geh doch nicht offensiv ich bleib hier doch lex stell dich doch nicht genau in meine feuerschneise oder doch jetzt können wir offensiv gehen jetzt können wir offensiv gehen auch leute rennt mir doch nicht alle vor die kanonen oh das war der falsche sorry das war der richtige ne 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 oh was für ein qualm ich hau ab bin auf dem rückzug ach das ist doch zum kotzen ja ne die mit ihren scheiß rauchgranaten ne die rauchgranate ist nicht scheiße scheiße ist dass mich schon wieder einer dazwischen gelaufen ist und ich schon wieder eine waffen spart ha endlich ist hier wieder was terada kommt her tata das ist der größte nachdem so viele leute da sind weil die laufen ja einfach alle ins feuer so ist mir völlig egal als wir gerade einst der terada und hofft und nicht lange lebt das geht ja mal an wir haben noch nie mitgeschnitten dass uns das Ding hier gehört ja das ist doch geil wie geil wie geil wie geil was alle für leute okay jetzt muss ich aber unbedingt mal wieder repariert werden ihr bett rank 62 und kalken wo bist du gerade hier oben an der jumppad torret was hier fallen der liegen jetzt hat mich gerade weggerobt kann mich einer wieder aufkrassen ich glaube ich hätte gleich wieder einer auf er hat mich hat schon wieder aufgehoben doch ich hau ab doch okay ich stehe jetzt hier rum vielen dank nach mich schon wieder wenn mein ex-rush hier zu ende ist dann werfe ich mal blick auf meine kd hat die muss ja so durch die decke gegangen sein jetzt das macht spaß das macht auch flugzeug ich habe die beste position und ich kann wieder nichts da kommt der lip alles auf die lip mensch sanis retten wir auch nicht immer vor die kanonen das war ein liberator verdammt nachdem ich jetzt gerade erfolgreich und es kommt der truppe zusammengeschossen habe aus von sehen hat mich jetzt auch weggerobt na gut dann war das ruhig wird doch wiederbelebt schiefgekühlt da schreit es schon wieder rum hier die kumpels lebst du Kalkner oder bist du tot? nein ich lieg noch ich war drauf dass ich mir eine wiederbelebt bin wir haben da drüben genug sein die es rumrennt das ist jetzt nicht das problem jetzt ist mir wieder einer drüber gesprungen ich krieg gekotzen eh non ich danke dir hier einfach gleich offline ey das kann nicht sein eh non mein Freund ich danke dir so der Kalken lebt wieder und würde gerne repariert werden leffeld mausi vielen dank naja dankeschon ja ja der leffeld mausi oder wie boah was sind das für explosionen scheiß flugzeuge boah das war ganz hartnäckig aber wie zetrain macht die so viele explosionen hintereinander ich brauche n inch ich brauche n inch hier wo ist deine position da rein na es hat sich schon wieder geklärt ich hab n inch ja halbes leben hast du ach verdammt alter schwede eh Mary come on bei der level 100 ist er ganz schön gut oh das war jetzt ein ganz cooler der ist hochgekommen und ist direkt wieder oh fuck 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 ich bin schwer beschädigt auch n inch ich stehe unten ich stehe im hangauf ja ich bin hinter dir sehr gut leute vielen dank vielen dank der golfe Sack braucht Erheilung jetzt auf der Seite sieht alles clean aus freut mich sehr hier rum da kommt gerade noch ne Max hoch die hat es gar nicht bis auf die Plattform geschafft auf der Seite klar wie geil einfach mal in die Masse reingeschirbt und dann hätte ich nen Headshot gemacht ja wir haben sechs Sides über uns ein kleiner Schieß in einen Liberator TST-88 ich danke mein Freund ja der Wasserfänger eben die Plattform aufgeräumt Flugzeug ja verdammt ey die Flugzeuge die machen uns hier richtig Ärger ja können wir mal ein paar Aircrafts hochschicken die den die den Heinrichs Ärger machen ja wir haben einen Biolab haben wir in zwei Minuten wir haben eins nicht mehr da ne wir haben gerade keine so intakten Zuckerpiloten ja ja aber wenn wir hier abziehen dann werden wir das hier auch actually ah wir haben einen Sauber oben sauber auf der Kasse die Jungs ist noch halb Elfe die hier ich hör jetzt aus ouch 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 das tat weh ja die NC haben alle ne Woll ich noch mal einen Inch jo Moment erst wieder abkühlen ja ne war schön dass du da warst ich hab gemerkt du willst wohl gehen ja es ist halb Elfe ich hör dann um die Zeit immer auf was da ja dann ja sei denn manchmal so ne halbe Stunde scheuen aber man muss dann sich immer ne Grenze setzen Jungs kann das sagen huahaha Sauber armes Schweiiin es ist mir voll voll vor die Kanone gerannt Vielen dank fürs Spiel Oh verdammt das war ein Bis nächstesmal ne Auf'n da fast eine Sniper Ich tu jetzt den cantomas ähh vers condensed Da brauchst du Reflexiii Part kokführer rein setzen Jo вofas 21 vofass jenke das ist ganz ok ja ein Sniper ist auf'n da hab ich auch grad so fest gestellt desto und wo schießt der yat Es sind eigentlich noch schöne Feiertage. Die Jungs, die brechen ja ebenso, ne? Die brechen jetzt über die nördöstliche Plattform massiv rein. Sir, ich höre jetzt immer eine viel Gnarly-Warnung. Damals noch nördöstlich. Haben wir den nördlichen Anschluss auch schon verloren? Keine Ahnung. Ich bin Max, ich bin nur fürs Fighten da. Hey, so. Kein andern Job. Die Trader haben im Norden einen Sunrayer aufgestellt, Leute. Die kommen jetzt über den Norden rein. Alle zum Norden weg. Nice kill! Fuck, 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 fuck. Aua, aua. Na verdammt. Ich brauch wieder mal einen Inch. Ach, die sind schon komplett in der ganzen Basisbritannien. Verdammt, jetzt lass mich wieder weg, äh, äh, na gut. An dieser Stelle würde ich noch mal die Aufnahmen machen. Ich sage tschau und danke fürs Zusehen. Ihr verabschiedet euch doch auch, oder? Ja, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Was ist denn das hier? Kau, ich weiß nicht, dein Channel. Der Channel heißt Takeshi. Ja, schau es mal in die, in TeamSpeak. Also merke ich mir nicht. Jo, mach ich. 540 Kills und 16 Tote. Das ist doch mal eine ordentliche Karte, oder? 20 Kills und eine Karte. Äh, 186 zu 28. Und ich hab grad Jink erschossen. Naja, ich geh ja nicht so oft. Ich spiel als Mix Defensiv. Äh, Falcon. Hättest du einen, hättest du einen Moment Zeit? Ja, was ist? Äh, das hab ich dir vorhin geschrieben. Ich hab ein paar Probleme bei meinen YouTube Aufnahmen. Was ist das? YouTube akzeptiert die irgendwie nicht. Jo, ich hab's gerade gesehen. Die siehst du ganz... Die siehst du ganz einfach. Da kratzt mich wohl keiner auf, hm? Die sind wieder am, äh, Shield Generator. Ähm, wollen wir dazu kurz in einen anderen Channel gehen, oder hast du jetzt keine Zeit? Ja, können wir machen. Dann mach ich hier mal eben Pause bei Planet Zeit. Geh mal in Trupp 2 runter, okay? User left your Channel. Das Schlimme ist, ich muss jetzt nach... Oh, Tierwiesen. Ja, ja, ich steh eigentlich gern mal mit dem Geschütz hier. Okay. 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 Leute, ich weiß nicht. Ich bin ja jemanden. Ich bin ja jemanden. Ich bin ja jemanden. Und ich bin ja jemanden. Ja, ich bin ja jemanden da. Das Schlimme ist, ich bin ja jemanden. Oder nicht, oder Flincher, die mir auch nicht. Och, ich denke, ich schaue schon wieder an. Hatta.